Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ora Pronobis, auch bekannt als Gottesgnadenkraut, ist eine Pflanze mit einer langen Geschichte in der traditionellen Medizin. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie es bei verschiedenen Erkrankungen helfen kann. Verdauungsprobleme Ora Pronobis kann bei Verdauungsproblemen wie Magenbeschwerden, Sodbrennen und Blähungen hilfreich sein. Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Pflanze können dazu beitragen, den Verdauungstrakt zu beruhigen und die Symptome zu lindern. Des Weiteren kann es auch die Produktion von Magensäure regulieren und die Verdauung unterstützen. Hauterkrankungen Bei Hauterkrankungen wie Akne, Eczemen und Psoriasis kann Ora Pronobis aufgrund seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften ebenfalls helfen. Die enthaltenen Verbindungen können dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, die Haut zu beruhigen und das Hautbild zu verbessern. Es kann topisch angewendet werden, entweder in Form von Salben oder Cremes, um die Haut zu beruhigen und Entzündungen zu reduzieren. Atemwegserkrankungen Ora Pronobis kann bei Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis von Vorteil sein. Die Pflanze enthält Verbindungen, die dazu beitragen können, die Atemwege zu erweitern und Entzündungen zu reduzieren. Dies kann zu einer besseren Atmung und einer Linderung der Symptome führen. Immunsystemstärkung Die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften von Ora Pronobis können dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken und den Körper vor Krankheiten zu schützen. Es kann die Produktion von Antikörpern fördern und die Aktivität der Immunzellen erhöhen, um Infektionen abzuwehren. Entzündungen Ora Pronobis kann bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis, Gelenkschmerzen und Entzündungen im Körper helfen. Die enthaltenen Verbindungen können Entzündungen reduzieren und Schmerzen lindern, indem sie die Freisetzung von entzündungsfördernden Substanzen blockieren. Herzkreislauferkrankungen Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften kann Ora Pronobis dazu beitragen, das Risiko von Herzerkrankungen zu reduzieren. Es kann helfen, die Blutgefäße zu schützen, den Blutdruck zu regulieren und den Cholesterinspiegel zu senken. Stress- und Angstzustände Ora Pronobis kann auch bei Stress- und Angstzuständen helfen. Es enthält Verbindungen, die beruhigend wirken und das Nervensystem entspannen können. Dies kann zu einer Reduzierung von Stresssymptomen und einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens führen. Ora Pronobis kann roh, gekocht, als Tee oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirkung von Ora Pronobis bei den genannten Erkrankungen individuell variieren kann. Es wird empfohlen, einen fachkundigen Naturheilpraktiker oder Arzt zu konsultieren, um die beste Dosierung und Anwendung für ihre spezifische Situation zu ermitteln. Wir hoffen, dass Ihnen das heutige Video geholfen hat, mehr über Ora Pronobis und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durchunddurchgesund! Wir hoffen, dass Sie überprüft wurden, die Verkunft am Ende. Untertitelung des ZDF, 2020